hallo und herzlich willkommen zurück zum neuen let's play von mir und zwar dieses mal wieder aus der challenge zusammen mit dem ls profi mit ie geschrieben mit spaß verstehen das ist pure ernstes leute spämmten voll lutscher sparen ist alles gut macht nicht auf jeden fall leute haben wir zuletzt gesehen hier dass der christian einfach kein ladewagen fahren kann ja was denn ich bin hier doch raus und was gibt es ein paar problemen ging da drin fest wie er in meiner klo schüsse ich muss mir das so vorstellen jetzt wissen ja warum nicht mehr so spät zur aufnahme kommt der einzige youtuber der bis jetzt noch nie zu spät kam sondern immer der erste war also wirklich respekt gut eigentlich gibt es noch einen youtuber der immer zu spät kommt der ls profi ja was selbst und redens von sich selber oder eigentlich ist es der einzige tag auf dem ich mich frei aber wenn die wochen anfängt eigentlich nur immer auf freitag aufnommen jetzt tut er aber nicht damit ein lkw uns sehen oder was glaubst du jungen alles klar digga effizient ist völlig losgeschrieben junge dass sie es noch nicht aufgefahren ist wo ich hier wo du zu meinem frei gefahren bist alter übelst geil mit dem lkw der zieht ja sehr hoch als wäre es nichts 83 kmh junger kann ich kann ein chasen wie einpacken 75 wow die auch kein mh du ja das sind lebenswichtig die 8 kmh die nicht mehr hast denn gehörst du nicht zum klub nicht spaß alles gut ja der kohle aber ich brauche allein von schnellen also ganz ehrlich die 43 kmh die ja hast du die jetzt aber Alter hast du jetzt vier schlepper auf dem hof ja ist das dein Ernst du benutzt mindestens mal einen nur von denen ey oder stehst jeden morgen auch so welchen benutze ich jetzt 1 2 3 4 oder für jeder arbeiten einen anhandel wobei das ist eigentlich ganz schlau weil wenn du am Ende abrechnen ist und du noch mehr traktoren hast na gut da hat er mal nachgedacht der junge aber egal bis dahin ist so lange zeit wir sind jetzt bei der hochzehnten oder sechzehnten folge so ungefähr ja haben wir jetzt eigentlich die dritte oder die zweite die zweite oder eigentlich boah da mal kurz ich weiß es gut selber nicht ne die dritte sogar die dritte haben wir jetzt ja brauchst du noch mehr auch folge wie schnell geht denn die zeit ja dann haben wir dann ist der ostermontag jetzt bin ich schon vorbei hier ja guck mal an ich hoffe ihr habt schön gefährt ich hoffe ihr habt schön gefährt ich hoffe ihr habt schön gefährt ja genau so ich lasse das gespann jetzt mal hier stehen zack dann bin ich jetzt mal guck mal was ich jetzt mache jo wo ui uy uy jetzt hatt'n der kollege wieder genug Ich bin gerade am überlegen. Ich bin gerade tatsächlich am überlegen, was ich will. Uiuiui, das war jetzt wieder nicht gut mit dem Zaun. Da steht mein schöner Fendt, jetzt ist er wieder da und fertig von der Mittagspause. Wer? Der Jungsmitarbeiter? Ja. Taptop, den kann ich doch weiter ansehen. Taptop Junge. Also ich hätte hier auch einen eigenen Aufleger hinstellen können. Warte mal, ich stelle da mal einen eigenen, warte mal. Ich muss kurz runter ins Alon. Ja, aber ich muss kurz runter ins Alon. Ich muss kurz runter ins Alon. Ich habe alle Angst, Hunger und Hunger. Ich habe noch drei Hände in einer Zeit, jetzt drei Hände in der Tatmacht. Ich habe noch was Ich hatte die Zettelung nicht, aber ich mache die Zettelung nicht in einem Einzelfdeckraum. Ich habe jetzt wieder ahrege stinks, kann ich sogar da sein, oder? Ich habe nur noch eine Strohkartelle. Ich habe jetzt eine Fertigung nicht in der Tatmacht, aber ich habe immer eineuvre. Vielleicht geht nicht in der Tatmacht. Wenn dann das Mache mit einer vielen Hände in der Tatmacht, dann bitte ich mir das mal zusammengebeweitern, wenn mir das alles geschickt, kann ich nicht gerade ein paar Thema. So, Leitland, jetzt gehen wir wieder auf den Hof. Oh, da, ich wär irgendwie hab ich den KI im 11er oder im 13er als sympathischer gefunden. Wo war das, wo man einfach den Dings weggeschrieben hat können? Das war, glaub ich, im 13er. Im 13er. Okay, da wollen wir 700 Euro abknüpfen, der Typ da. Oh, 700 Euro, also das wird mir billiger gewesen, sag ich nochmal so. Aber, reden seine Sache. Hä, irgendwie ko- Hä, ich konnte Felix kein Gold überweisen. War da kurz? Ich glaube. Ah, ich weiß warum. Versuch jetzt nochmal. Ah, jetzt geht's. Ich war jetzt kein Fahrmanager gehabt. Warum auch immer. Wahrscheinlich, weil du kurz in meinem Hof warst. So, Leitland, wo steht denn jetzt an? Was, jetzt haben wir die dritte Folge schon oder die vierte? Dritte. Wo die Zeit vergeht, alter. So, wo steht denn jetzt nun? Ähm, ich glaub, Unsinn. Es gibt auf jeden Fall hoffentlich ordentlich Geld hier, Leute. Wobei, durch den scheiß Unkraut hier, warum auch immer das wieder kam. Nicht so geil. Ich hab... Warum hab ich denn so viel Gersche drin? Warte mal. Die Gersche muss auf jeden Fall Geld auch verkauft werden. Ja, was ist das? Ajo, das wollte der nur verkaufen. Was? Nix. Der hat auch Gersche. Na, Gersche, der hab ich gar nicht. Nee, der hat... Oh! Oh! Ähm, hm, 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 hm. Hm, Leitland, ey, ihr habt's nicht gesehen. Ich muss kurz noch was verkaufen. Na kurz, ich muss kurz... Oh, äh, hm. Ja gut. Ja gut. Komm, mal legehört, pacien! So. Bimmeltauer Nee, ich habe keinen Radlader, nur mal so Oder irgendwas zum Aufladen Ich wollte mir seit Ewigkeiten mal einen Frontlader holen Vielleicht soll ich es mögen, Mama, sonst musst du es investieren Du hast so viele Trecker, da musst du doch einen Frontlader dringend dran haben, oder nicht? Guten Tag Servus Moin Hallo, ja, und zwar haben wir einen kleinen Teleskop-Blader Was haben wir? Einen kleinen Teleskop-Blader, weil sie gefragt haben, wo ein Radlader oder sowas Können Sie mir den auf den Hof herbeibringen oder soll ich den selber holen? Ehm, würde ich ihn was ausmachen, wenn sie den selber holen? Nee, kein Problem Okay, ähm, der steht auf dem Hof Anbau-Geräte sind oder, oder müssen wir mal gucken, was so Jo Was richtig ist Gut Mohi, danke Mach's gut Mach's gut Hey, welcher Pfosten hat denn mitten auf meinem Hof hier der Stroh abkippt? Äh, der, was jetzt bestellt hat Ja, alles gut, vollständig So, du hast also Gerste? Ich hab gar keine Gerste Doch Aber auf deinem Feld, 14er, hast du so Gerste angesehen gehabt Oder? Warte doch einmal Ne, der hat sich, du musst es ja direkt verkauft haben Na, Gerste, hab ich brauchst du bei alles Ähm, ne Ah, okay, pass Ich verkauf nämlich grad ein bisschen Gerste Jo, Leitlin Das werden wir jetzt auch machen, der Herr Kollege hat uns auf eine gute Idee gebracht Ja, ja, ich werde dir jetzt mal den Preis verschlechtern hier Laber nicht. Oh wann, ja mach ich jetzt hier. Es läuft aber, hey. Er tut immer so viel labern, ob er rauskommt, tut eh nix. Jetzt wollen wir dir, hey. Hey, wo kann man das aufladen? Ne, ne, ich geb keinen Tipps. Ne, 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 ne. Das sind zu viele ich geb, ich geb dir gar keinen Tipps mehr. Du bist ja ein Spielfahrterber. Ne, 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 ich geb dir gar keinen Tipps mehr. Habe ich schon zu viele gegeben hier. Das hat mir immer nur in Speed angebracht. Warte mal Leute, ich muss das mal sehen. Hä? Ah. Boah, das ist ja fast genau. Ja, zu sehen. Und was soll da nichts werden machen? Nicht, nichts, alles gut. Aha. Okay, den Tipp muss ich lehren. Sei froh, ich so nett bin. Da wo du ablädst, musst du auch hinfahren. Da ist ein Rohr. Ich hab's schon gefunden. Danke für die später Info. Scheiße, ey. Ich hab was sagen können, Mann. Gerade erst gefunden. Hä? Hä? Ja, guck mal. Hä? What the fuck? Ja, lädt man auf. Nur mal so mit Rrrr. Rrrr. Wie? Rrrr. Profi. Hä? Bei mir Kumpo war nix. What the fuck? Ah, doch. Ah, ist leider weggegangen. 83 Euro. Geil, Alter, Junge. Das ist meine Geschwindigkeit. Nach meinem Geschmack, ey. Peter, der Zaun kann ich holen. Ich hoffe, er hat da schon Zaun, damit es ihn dreimal um den Web schmeißt. Oh, ich bin schnell. Das kasselt, ey. Ich kann, hä? Ah. Hört doch ab. Jetzt. Wie erst mal Geld aufm Konto. Feier ich. Jo, Leitland. Aber das war's dann auch schon wieder mit der Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn jo, dann lasst doch gerne eine Bewertung drauf. Also, vergisst nicht zu abonnieren, um keine weiteren Videos mehr zu verpassen. Und schaut euch beim lieben LS-Profi mit E vorbei. Und spioniert euch ein bisschen. Und ja, dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Bis dahin, macht's gut. Ciao. Ciao, ciao.